und er ist nicht weggekommen und hat die ganze Familie zerstört. Wie kann es da bluten, innen drin, bluten? Da blutest du fast aus. Manchmal haben wir diese wunderbaren Aussprüche auch im Deutschen, ich bin ausgeblutet. Wenn eine Ehe auseinandergegangen ist und alles ist dahin, der ganze Lebensentwurf, aber da blutet es, da kann es kräftig bluten. Oder der andere hat Ehebruch gemacht. Wie blutet es da? Wo blutet es bei dir? Ich weiß noch, wo es bei mir mal geblutet hat, so als Priester, es muss schon gewaltig gewesen sein, das weißt du selber nicht, was da los ist. Und auf einmal öffnet Gott dieses, manchmal habt ihr es gestern Abend gehört, manchmal kann es rauskommen, da schreit der Mensch. Das kommt raus, da blutet es, da hat es geblutet, es kommt raus, man muss schreien. Bei mir war es so, ich habe geweint eine Stunde, als Konzelebrant. Irgendwann hat er die Schleusen geöffnet und da ist es alles rausgekommen. Hast abgelagert, runtergeschluckt, nicht mehr abgegeben, deinem Jesus. Und dann sagt er natürlich, und jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Ich kann es nicht mehr anschauen, was du ständig runterschluckst. Und unten drunter blutest du aus. Du kommst nicht weiter. Und dann bist du so traurig, so niedergeschlagen, so depressiv und alles mögliche. Ich kann es nicht mehr anschauen. Ich berühre dich. Oder, dass dieser Mensch in diesem Bluten sich ausstreckt, um den Herrn zu berühren. Ich habe so viel getan. An nichts hat geholfen. Bei allen Psychiatern war ich nichts. Du bist die letzte Chance. Du bist meine ganz große letzte Hoffnung. Du, Jesus. Und man streckt sich aus. Und seht ihr, in diesem ist eine ganz, ganz tiefe, du siehst, diese Frau ist eigentlich kultisch unrein. Der Stuhl, wo sie sitzt, ist unrein. Alles, was sie anfasst, Töpfe, wo sie kocht und sonst was, weil sie ja ständig blutet, ist unrein. Sie ist kultisch nicht mehr in der Gesellschaft. Sie ist ein unreines Gefäß, überall wo sie hinkommt. Auch die, die missbraucht sind oder irgendwo manchmal auch vergewaltigt wurden oder sonst irgendwas, die fühlen sich auch so wie ein unreines Gefäß. Sie meinen, sie sind unrein. Deswegen putzen sie sich und so weiter und so fort. ständig die Hände und wollen das abwaschen, wo sie unrein sind. Aber in dieser Isolation wächst die schönste Perle des Glaubens. Sagt sie, wenn ich nur die Quasten seines Gewandes berühre, dann werde ich geheilt. Merkt ihr diesen Glauben? Diesen Glauben. Der muss belohnt werden. Deswegen sagt Jesus auf einmal, wer hat mich berührt? Und die Jünger sagen, siehst du das nicht? Hunderte? Die hören ja gar nicht auf. Die drängen sich, wollen die hier nur noch berühren. Nein, wer hat mich berührt? Da kommt es darauf an, dass du ihn berührst mit deinem Glauben. Wenn du blutest, dann berühre ihn mit diesem Glauben. Und dann geht sofort deine Kraft aus. Und der Glaube muss belohnt werden, wenn du in diesem großen Glauben ihn berührst. Das ist mir auch schon mal passiert. Da ist mir genauso dreckig gegangen und mir hat es geblutet innen drin. Auch Konzelebrationen wäre so schlecht gegangen. Und dann bekommen wir die Hostie, wisst ihr, wo dann der Hauptzelebrant die Hostien hinhält. Und dann habe ich sie genommen. Und in dem Maße, wo ich ihn berührt habe, ist mir von oben bis unten durch. Aber dermaßen. Das ist das. Aber da hast du geschrien. Du hast gesagt, Jesus, jetzt muss was passieren, so geht es nicht weiter. Ich kann nicht mehr. Hilf! Ich glaube an dich. Nur eine Berührung ist durch. Ja, heute mal kommst du zur Kommunion genau so. Und dann hältst du Jesus genau das hin, wo du blutest. Wenn es noch nicht gestillt ist. Wenn er gestern Abend es nicht schon zur Stillung gebracht hat. Vielleicht bluten noch einige. Ich sehe es manchmal an den Gesichtern an, dass noch einige bluten. Und du gibst das hin. Aber hab Glauben. Innen drin. Aus dieser Isolation. Komm heraus und streck dich nach ihm aus. Das ist das Entscheidende. Streck dich aus. Schau mal aus dieser Isolation, das wunderbares Bild. Das ist meine Hoffnung. Jesus, du bist meine Hoffnung. Meine einzige Hoffnung. Wer hat mich berührt? Er sucht diese Person. Er sucht dich. Weil er deinen schönen und tiefen Glauben sieht. Und der muss belohnt werden. Der muss belohnt werden. Ich finde das genial. So müssen wir uns alle ausstrecken nach ihm, seht ihr. Und nur die Quasten seines Gewandes. Und dann geht es durch. Dann geht es hinein. Wo vorher noch niemand hingekommen ist. Wo es so tief ist. Wo es ganz unten drin ist. Aber da strahlt er hin. Mit einer Kraft. Denn es geht von ihm eine Kraft aus. Eben aus diesen Wunden geht eine Kraft aus. Die alle heilt. Aber wichtig ist, dass du dich in deinen eigenen Wunden, in dieser Isolation, in diesem Bluten ausstreckst. Und ein Glauben entwickelst, entfaltest. Der sagt, Herr, du bist meine einzige Hoffnung. Es ist nicht alles verloren, sondern du bist meine einzige Hoffnung. Streck dich heute so aus. Und meine Lieben, ihr berührt nicht nur das Gewand. Wisst ihr, was mir gegangen ist? Ich habe ihn kaum berührt. Und dann sind die Tränen gegangen. Ich musste aufpassen, dass mein Jesus nicht nass wird. Versteht ihr? Der Boden war schon ganz nass. Ich habe meinen Jesus in der Hand gehabt. Der hat das gemacht. Aber wenn du ihn so einmal erfährst, dann bist du nicht mehr der Alte. Und es geht ihr nachher besser. Wenn du diese Kraft gespürt hast, die kannst du nicht machen. Die geht von ihm aus. Und das macht kein Esoteriker, kein Geistheiler, kein Abbeter. Und wo die Leute hinrennen, reiheweise, zu diesen Leuten. Ja, es sind doch die Dämonen, die können was wegnehmen. Dann hast du eine Scheinheilung. Meine Lieben, sie können nicht heilen. Geht ja nicht zu diesen Leuten. Sei dann nur belastet. Nur einer kann heilen. Das ist Jesus. Und kein anderer. Niemand. Nur er allein. Und streck dich da aus. Seht ihr? Dann geschieht dieses Wunder. Und Frau, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Dein Glaube hat dir geholfen. Und dieser Glaube belohnt er von dir. Bleib nicht in deinem Schneckenhaus, sondern streck dich aus. Streck dich aus dem Schneckenhaus heraus. Jemand entgegen. Nicht so, ich bleib da drinnen. Alles so trist. Alles so, ja, kannst vergessen. Er hat mich vergessen. Mein Jesus. Und dann meinst du, bist du noch böse, bist du noch schlecht. Und, ja, den anderen hilft er aber mir. Mir nicht. Da geht nichts. Da musst du dich ausstrecken. Das sind jene, die ständig so ein Gesicht haben. Da kannst du mit Engelszungen predigen. Da kannst du mit Freude da sein. Immer monoton ein Gesicht. Keine Gefühlsregungen mehr. So blockiert. Und sagt, ja, in dem Dunkeln, da finde ich mich noch zu Recht da innen drin. Ich bin es ja gewohnt, schon mindestens 10 oder 20 oder 30 Jahre. Ja, könntest du mal da rauskommen? Nee, 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 nee. Nee, 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 nee. Da kenne ich mich aus. Und wenn ich rausgehe, ist mir zu hell. Dann sitzt man lieber im Dunkeln. Das ist übrigens das Höhlegleichnis vom Platon. Aber wenn du dann mal im Lichte bist, in dieses Licht hineingehen, dieses Glaubens, ja, ich strecke mich aus, komme aus dem Schneckenhaus da heraus, dann siehst du, Mensch, was habe ich für ein Dasein gefristet? In diesem Loch, in dieser Höhle, wo Dunkelheit ist und dabei steht der Herr draußen, der das Licht ist und will mir alle schenken und ich friste in meinem Dasein dahin in meinem Schneckenhaus und bin nur noch letztlich und brat in meinem eigenen Selbstmitleid. kommt heraus. Streckt euch aus aus dieser Isolation und jeder kann da drin sein und jeder kann bluten bis zum Geht nicht mehr und fast ausbluten. Komm heraus und mit Glauben es kommt drauf an, verstehst du? Auf das kommt es an und dann wirst du Wunder sehen und dann geht das nächste Wunder gleich hinten nach und dann kommt der Diener oder der Synagogenvorsteher Jairus, ja, die Tochter ist schon gestorben. Das Wunder ist dann zwischendrin. Da wo der Herr ist, da geschieht Wunder. Er ist in dir, der gleiche Jesus. Seid ihr bewusst, der gleiche Jesus ist in dir. Und dann weinen sie, eben diese Frauen, es gibt ja eine Traurigkeit, die ist nicht aus der Liebe, dann lachen sie noch aus, merkt ihr, es ist ein Weinen. Das sind so Frauen gewesen, die auch dann dort beim Tod, wo er ans Kreuz gegangen ist, auf dem Kreuzweg da waren und die weinenden Frauen, die rufen, weint nicht über mich, weint über euch und eure Kinder. Er werdet zu den Bergen sagen, fallet über uns und zu den Hügeln bedecket uns. Wenn dies am grünen Holz geschieht, wie wird es erst sein, wenn es anders ist. Seht ihr? Hier weinen sie und dann sagt er, das Kind schläft nur, dann lachen sie. Merkt ihr? Ein Weinen, das nicht aus der Liebe herauskommt, das nur aufgelegt, wie manchmal auch der Glaube aufgelegt ist, der nur oberflächlich ist, ein Traditionsglaube. Es sind so Formen, die muss man halt machen, aber nichts mehr unten drunter. Keine Glut mehr. Dann lachen sie ihn aus und sagt er, okay, und er nimmt Jakobus, Johannes und Petrus wieder mit, das Dreigestern und Mama und Papa und dann sagt er etwas Souveränes und manchmal siehst du dich vielleicht genauso wie dieses kleine Kind, dein kleines Mädchen in dir, das tot ist, vielleicht so verwundet ist. das liegt da. Es liegt auch in dir. Die Heilung des inneren Kindes, das manchmal so tot da liegt. Und der Herr muss souverän hinkommen an diese Paare zu dir, muss sagen, Talitha, komm, Mädchen, ich sage dir, steh auf, steh jetzt endlich auf, bleib nicht liegen. Wieder, dass er genau das bringt, dass er diese Heilung in dich hineinbringt, in diesem kleinen Kind, das auf der Paare liegt, in dir, wo verwundet ist. Und da vielleicht gestern noch ein bisschen gesehen, wenn das dann rauskommt, und die Tränen fließen und der Herr rührte an dieser Paare an, dieses kleinen Kindes, das so verwundet ist, vielleicht viel mitgemacht hat. Und er geht an die Paare und sagt, das ist ein souveränes Wort, er fragt nicht lange, er sagt gleich, Talitha, komm, Mädchen, ich sage dir, steh auf, oder Junge, ich sage dir, steh auf. Und sie steht auf. Er richtet sie auf. und er gibt sie den Eltern zurück. Du wirst dann anders sein, auch zu deinen Eltern. Wenn sie dich auch verletzt haben, das kleine Mädchen in dir, dann wird es anders sein. Dann hat der Herr über dich gesagt, Talitha, Mädchen, Talitha, komm, steh auf. Es schläft nur in dir. Ich richte es auf. Ich richte es auf. Dein kleines Mädchen. Dein kleines Kind in dir, das verwundet ist. Ich richte es auf. Das ist genauso beim Zacchaeus. Totale Isolation, ganz weit weg. Ich glaube jetzt, wir machen mal eine kleine Pause und beten, allmächtiger Gott, wir loben dich, wir preisen dich, wir beten dich an und sagen dir Dank, dass du uns so gut einführst und dass du unsere Herzen berührst, dass wir dich anschauen dürfen, was du alles getan hast und die tiefen Dimensionen erfahren dürfen des Evangeliums. Es nicht nur an der Oberfläche ist, sondern es geht mich was an. Segne uns im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen.